Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Mittwoch zum Mega-Marsch-Mittwoch. Ja, drei Folgen heute wieder am Stück hier von der Nordfrieschen Marsch-Abenteuer mit mir, mit dem Andy und mit dir, lieber Zuschauer, der du gerade eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank dafür und ja, wenn es dir gefällt, dann lass doch gerne ein Däumchen in nördlicher Richtung da und solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann abonniere auch gerne den Kanal. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich würde sagen, legen wir los. Eine neue Aufnahme-Session hat begonnen und wir sind noch immer mitten in der Ernte. Und los geht's hier. Ja, ein bisschen Stau. Ja, ich muss hier auflösen. Ja, und es gibt auch Neuigkeiten im Thema Marsch. Ja, aber dazu im Laufe des Tages mehr. Erstmal muss ich jetzt hier gucken, dass ich die Vidale hier an den Start bringe hier. Ja, hier ist noch keine neue Milch drin. Den kann man hier schon mal einstellen. Erstmal stellen wir jetzt hier alles ein und sobald hier alles eingestellt ist, dann erzähle ich euch, was es denn Neues hier für eine Marsch gibt. Hier sind wir also noch mitten in der Ernte drinne. Also hier ist noch richtig Ambach, hier ist noch richtig was los, hier ist noch richtig Action. Langeweile haben wir hier nicht. Und ich arbeite mit der Version 0.0.0.63. Ich bin mal gespannt. So, wir gucken hier, nichts passen. Wir können mal einstellen, wo er hinfährt. Ich hoffe dahin, wo er hingehört. Ja, macht aber alles klar. Wunderbar. Wer macht hier weiter? Der kann nicht weiter. Und geht jetzt hier weiter. Und auch der kann hier weitermachen. Eieieiei, auf mich hier das ist gut. Giet also aus. Hier ist auch weiter. Da geht's nochmal zurück zum Hof schicken. Ah. Ablagepunkt am Hofdiener. Jawohl. 1652 zum Hofsilo? Achja. Ich kann auch hier einstellen. Ich schneide den auch hier ein. Ah ne, der war fertig. Dann muss man auch zum Hofsilo fahren. Das abkicken. Den müssen wir ja im ersten Weg gut starten lassen. Der ist eingestellt. Schöpfen wir das. der muss abgeladen werden, der bericht sich in der tasche der wird schön abgetankt, ah wunderbar, so gefällt mir das, so gefällt mir das der kommt auch schon mal an, ich muss mal eben den hund rauslassen, ein kleiner blick so, da bin ich schon wieder zurück, das ist ja nicht viel passiert, außer da rein ich fange halt abzuladen, wenn wir jetzt sowieso hier übernehmen müssen, dann müssen wir erstmal da vorne in die halle stellen quatsch, die müssen sich in die halle stellen, die müssen unsere feld 56 schicken fällt mir gerade mal ein so ähm, hier hier ist noch keiner reifend hier nichts stellen wir die mal hier ein, beladestelle am Hofsilo und abladepunkt ist die Brauerei Schüttgut und er soll den Hopfen, da haben wir es vielleicht wird wieder zurück zu Feld 48, sehr schön viel Stroh haben wir dann mittlerweile hier drinnen mal gucken 1,3 Millionen ja, also was hat sich geändert als erstes hat sich die Kapazität der Ballenlager geändert, denn Ballen haben ja wie ihr wisst 32.000 Liter und von daher ist es also mittlerweile so, dass hier ein paar Liter mehr reinpassen nämlich 4 Millionen und äh, ja, irgendwie haben wir jetzt überall 4 Millionen irgendwie so komisch, aber egal pi لكن ihr familie Heisgeshale fangen wir jetzt zu pppppppppppppps als ja rund 24 würde ich mal sagen fangen wir an die Ballen da einzusammeln damit die irgendwo, ja weiß ich, den Brand oder irgendwas hinlegen, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Oder in der Halle daneben an, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Da ist eine neue Aufnahmesession. Achso, ich wollte noch was anderes. Ach Gott, der 90 muss gedüngt werden, aber ich glaube wir haben keinen Traktor mehr. Da muss gepresst werden, oh mein Gott. Ach doch, wir haben noch die Quaderballenpresse. Also ihr seht, hier ist richtig Betrieb, hier ist richtig Action in Nordfriesland. Die Ernte ist im vollen Gange. Also ich glaube noch mehr geht nicht. Noch mehr geht glaube ich nicht mehr. Noch mehr geht glaube ich nicht mehr. FPS mäßig grabt man hier wirklich am Limit. Da kann man eben die FPS Zahlen einblenden. Ihr seht sie sind rot. So spielst du das Spiel im Moment an. Rot. Alarmstufe rot. Noch ein paar Stunden Zeit. Noch ein bisschen Stroh einzusammeln. Noch ein bisschen Gras von den Feldern. Der erste Drescher ist bei Feld 56 angekommen. Das ist schon mal schön. Das heißt wir werden ihn gleich losschicken. Wir werden ihn gleich losschicken. Damit er mit der Ernte beginnt. Aber hier sind wir auch schon so gut wie fertig mit. Ja wunderbar. Er hat freut. Dann machen wir die Hopfenernte ja bald hier in trockenen Tüchern. Das sind die letzten Meter Hopfenernte. Dann können wir den Kollegen dann auch rüber schicken. Hier zu Feld 46. Dann kann er da auch anfangen zu tressen. Äh Quatsch zu. Ja sobald dann das der Mais reif ist zum pflücken. Und den Meister runter holen. Oh mein Gott liegen hier Ballen. Was liegen hier Ballen meine Freunde. Ja jetzt sind da gleich 4000er, 3200er zwischen. Also da ist jetzt alles dazwischen. Da gucken. Ich glaube ich muss die Weißen extra einsammeln. Weil das sind 4000er. Und die Grünen sind 32.000er. Die also alle auf einem Haufen haben. Ich weiß noch nicht, wie ich die hinbringen soll. Vorne werden die Wiese noch nicht hinlegen können. Und der ist am fliegen. Das funktioniert wunderbar. Jetzt müssen wir den hier wieder ansetzen, was ganz schön wieder aufgehört hat. Ach, hier war noch ein Problem. Das ist ein Problem. Das funktioniert jetzt erst mal so. Das hoffe ich jetzt mal funktioniert so. Das ist ein Problem. Das wird hier aufgewirbelt. Unglaublich. Wir müssen jetzt das vom Feld runterholen, was wir bis zum Regen runterholen können. Das ist ein Problem. 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 Das geht hier mal. Sonst ist nämlich gleich die Folge hier schon vorbei. Und wir haben ja nichts geschafft hier. Außer die Fahrzeuge hier mal einzustellen. Also ganz schön, ob es eine neue Köspel-Version gibt. Muss ich gleich mal nachschauen. Und da muss ich nochmal nachschauen. Ja, ich versuche jetzt diese vier Folgen hier am Stück aufzunehmen. Also das heißt, die drei Mittwochsfolgen plus die Freitagsfolge, also die Folge vor dem Livestream. Das versuche ich jetzt. Bis sozusagen Mittwochmorgen bei mir, 50 vor 3. Könnte irgendwann sein, dass ich zu müde bin, um das noch aufzunehmen. Weil ich muss es ja noch bearbeiten. Also ich bin relativ spät dran diesmal, diese Folgen hier aufzunehmen. Ja, mein Gott, ich kann aber jetzt nicht wahr sein. Wo war der denn? Wo hat der denn aufgehört? Was ich jetzt hier nicht wieder finde. Kann jetzt nicht sein, ey. Der ist jetzt fast einmal hier rumgefahren. Ja, das ist jetzt nicht. Vielen Dank. Oh Gott, er hat sich wieder auf den Ballen festgefahren. Mein Gott, ey. Ich kann jetzt ja nichts, ey. Außer zur Südkirche. Aber ich glaube, wir hatten vorhin mal angefangen. Hier hat man ihn irgendwo losgeschickt. Hier hat man ihn losgeschickt, wenn ich mich richtig... Ah, da hat er aufgehört, okay. Na ja, haben die Ställe gefunden. Da haben sie gefunden. Oh Gott. Hallo? Warum hängt schon jetzt zu fest? Hallo? Hallo? Ah, super! Das ist schwierig. Das ist ein dirt strörendes Reifen. Ah ja. Es ist der nächste durchströrende Reifen. der gräler Durchströrende Reifen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, yes, mein Gott ist hier wieder los. Er ist hier wieder los. Aha. Bitte, links oder rechts? Oh, mal gucken, wo der hier aufgehört hat, der Kollege. Aber ich schätze schon mal, irgendwo hier muss der aufgehört haben. Ja, das war. Hier hat er aufgehört. Ah, stimmt. So, sonst so ein Flur, einer ohne Fahrschein. So, müssen wir hier unten hingehen. Aber die haben wir ja noch einen. Eins links. Oh, ja. Oh Phoebe abschzegefähr. Oh. Oh, ja. Oh. und da ist die folge auch schon wieder zu ende mein gott ja ich sage danke für alle die wieder reingeschaltet haben sich hier bis zum ende hier mit mir zusammen durch gekämpft haben durch die ernte und ja wir sehen uns im nächsten video wieder das lässt sich lange auf sich warten bis dahin wünsche ich euch eine schöne zeit genießt euer leben bleibt gesund das ist wichtigste ich bin raus und 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 Bis zum nächsten Mal.